der andere ich wie macht man das wenn man verschwinden will wissen sie das ist ein schweres stück arbeit denn ich habe es geschafft ich habe mich in luft aufgelöst ohne dass es jemand bemerkt hätte nur meine familie weiter ich ein aber die hatte allen grund über meinen verbleib zu schweigen es ging nämlich um geld um viel viel geld meine kindheit war nicht das was man eine wirkliche kindheit nennt meine eltern hatten immer zu tun das nötige geldrand zu schaffen und wir neun kinder begriffen schnell dass auch wir etwas tun mussten um die finanzielle grundlage für all die hungrigen mäuler zu sichern papa war immer der meinung gut ist nicht gut genug er wollte immer nur das beste aus uns heraus kitzeln trieb uns an prügelte uns zum erfolg wenn es sein musste wollte den ehrgeiz in uns wecken wie er sagte ich gebe zu dass das in meinem fall fehlgeschlagen ist ich bin schüchtern öffentlichkeitsscheu und phlegmatisch es widerstrebte mir mit einem mikrofon in der hand wie ein hyperaktives etwas über eine bühne zu springen tanzend meine jungen glieder zu verbiegen und dabei auch noch zu singen doch genau das tat ich was blieb mir übrig papa wollte es so das hat er mir und meinen geschwistern eindeutig klar gemacht also sangen und tanzten wir und ließen uns vom publikum feiern schrecklich natürlich gewöhnte ich mich an die bühne die auftritte das grelle licht und die hitze dort oben ich gewöhnte mich an die jubelnden fans und an den applaus womit ich mich jedoch nie abfinden konnte war dass mir jegliche privatsphäre allmählich abhanden kam bodyguards waren nötig um mich nach den konzerten vor der menge zu schützen eine menge die mir wie ein mordgieriges ungeheuer vorkam fans die sich herandrängten nach mir griffen sich in mein hotelzimmer zu schleichen versuchten die in mir den inbegriff all dessen sahen was nur irgend begehrenswert erscheint ich fürchtete sie fürchtete meine fans und wollte mich unsichtbar machen doch was nützt es sich hinter einer gewaltigen sonnenbrille zu verbergen wenn dein ach so bekanntes gesicht meter hoch von riesigen plakaten auf der ganzen welt herunter schaut ich war bekannt ich wurde immer bekannter und kam immer weniger gut damit zurecht ein anderer hätte vielleicht drogen genommen schmerzmittel irgendwas zum betäuben was weiß ich ich nicht ich will die kontrolle behalten das ist manchmal schwer meine zerrissenheit hatte auswirkungen auf die familie ich stritt mich mit meinen geschwistern lehnte mich gegen den vater auf aber noch hatte er mich in der hand erinnerte mich stets daran was er und meine mutter alles für mich getan hätten und immer noch taten da musste ich klein beigeben und machen was er sagte also sang ich weiter nun allerdings allein ohne meine geschwister insgeheim hatte ich gehofft damit ein bisschen von der erfolgsschiene herunter zu rutschen hat man ja manchmal dass ein musiker der sich aus einem gruppenverband löst und eine solokarriere anstrebt ziemlich schnell von der bühne verschwindet aber in meinem fall ging die rechnung nicht auf im gegenteil der wahnsinn nahm ausmaße an die mir nachts albträume bescherten kreischende fans vor den riesigen bühnen auf denen ich mittlerweile auftrat mädchen die sich in einer art hysterischer ekstase die t-shirts vom leibe rissen überforderte sicherheitskräfte die mich wie eine kleine armee umgaben fanpost die eine ganze agentur tag und nacht beschäftigte mein haus ein abgeschotteter hochsicherheitstrakt paparazzi an jeder ecke mein foto täglich auf den titelseiten der boulevardpresse keinen schritt den ich in der öffentlichkeit unbeobachtet gehen konnte als ich anfang der 80er jahre meinen größten erfolg landete hatte ich suizidgedanken und wollte einfach nur schluss machen meine ruhe haben letztlich war ich zu feige sonst hätte ich mich damals umgebracht als ich auf dem höhepunkt all meines künstlerischen schaffens war monatelang war mein neues album die nummer eins in allen charts jedes kind kannte meinen namen und ich saß in meinem luxushaus schwamm im geld und machte mir nur über eine sache gedanken wie macht man das wenn man verschwinden will die sache war nicht einfach aber dann als ich psychisch auf einem tiefpunkt angelangt war schickte mir meine agentur eine videokassette ein fan hatte sie eingereicht der sich als imitator meiner person bezeichnete ich war neugierig und sah mir die kassette an es war erstaunlich zwar war die aufnahme schlecht beleuchtet und absolut unprofessionell aber der junge mann der dort a cappella eins meiner lieder sang und dazu tanzte der war wie ich er sang wie ich er bewegte sich wie ich er tanzte wie ich da kam mir zum ersten mal ein gedanke wie mir zu helfen sei wir trafen uns heimlich damit weder die presse noch irgendjemand sonst etwas davon mitbekam lachend schüttelten wir uns die hände und es war als sehe jeder von uns in einen spiegel das gleiche kraushaar die breite nase dunkle haut blitzende zähne er war mein perfekter doppelgänger und er konnte singen das war jedoch nicht das einzige was mich interessierte viel wichtiger schien mir dass er einen unlöschbaren ehrgeiz mitbrachte den willen zum ruhm die gier nach aufmerksamkeit eine nicht zu bremsende agilität er sagte er wolle wichtigen leuten die hand schütteln so wie ich es vor jahren mit der königin von england getan hatte als ob das was besonderes wäre die königin von england ist schließlich auch nur eine frau na egal mein neuer bekannter war jedenfalls so gut dafür geeignet mich zu dubeln dass wir einen deal eingingen er wurde ich er wurde ich mit haut und haar ganz und gar bekam meine namen sang meine lieder tanzte auf der bühne gab autogramme und machte sich beim publikum so beliebt wie ich es nie vermocht hatte ich wirkte im stillen ging kaum noch aus versteckte mich so gut es ging schor mir die haare millimeter kurz trug brille ließ mir einen bart stehen aber ich schrieb meine songs meine songs die mein anderer ich sang wir waren ein gutes team papa bekam das natürlich heraus und war nicht erfreut über diese entwicklung ich führte ein sehr ernstes gespräch mit ihm redete von selbstmordgedanken und publikumsangst da wurde er ganz still und gab schließlich sein einverständnis zu meinem doppel auf diese weise behielt er nicht nur seinen sohn sondern auch einen dicken teil des geldes denn die gelder der neuen alben teilte ich mit meinem anderen auch die der konzerte der ich war sehr zufrieden er genoss seinen ruhm sein geld alte einnahmen aus meinen früheren alben gingen komplett an mich es war so viel dass ich mein ganzes leben nie wieder arbeiten musste ich legte das geld gut an gab eltern und geschwistern ab spendete für humanitäre zwecke ging ansonsten sparsam damit um und fühlte mich zum ersten mal im leben wirklich richtig gut keine öffentlichkeit kein stress wenn mir danach war schrieb ich was oder sang bei mir zu hause wo mich nur meine frau hörte denn jetzt hatte ich auch zeit für die liebe für privatsphäre für eine eigene familie ach das war herrlich ich zog mit den meinen in eine große schöne mietwohnung in der wir allen komfort hatten den wir brauchten während mein andere ich in dem gewaltigen haus residierte das bis dahin meins gewesen war er wurde mehr und mehr ich er sang mit begeisterung und wandte sich verstärkt der popmusik zu kehrte sich vom rhythm and blues ab der bis dahin mein stil gewesen war er tanzte wie eine gummipuppe und erfand einen neuartigen schritt der zu seinem ganz persönlichen markenzeichen gedieh und seiner späteren autobiografie zu ihrem spektakulären titel verhalf und das beste war dass das publikum ihnen glaubte das publikum glaubte er sei ich es bejubelte ihn wie mich es beklatschte ihn wie mich es betatschte ihn wie mich Gott was bin ich froh davon weg zu sein ich habe es nie bereut dass der andere mein leben übernommen hat auch als er anfing selbst zu schreiben und zu texten war mir das recht als er die gesamten einnahmen für seine aktuellen konzerte forderte hatte ich nichts dagegen als er mir eines tages nahe legte den kontakt mit ihm abzubrechen erklärte ich mich einverstanden das war anfang der 90er und wir hatten acht jahre zusammenarbeit hinter uns erfolgreiche jahre die von musikpreisen durchzogen waren wie von einer glitzerspur mein anderer ich hatte erst ronald reagan und später george bush bei empfängen im weißen haus die hand geschüttelt hatte bei seinen konzerten ganze olympia stadien gefüllt und zum kochen gebracht er war ein publikumsliebling und so erfolgreich dass ich ihn nur bewundern konnte ich selbst wäre an dem ganzen zirkus längst zerbrochen mein anderer ich war mein lebensretter und mein glücksgarant und dafür bin ich ihm immer dankbar allerdings hat der andere eine vielzahl von marotten entwickelt die ich seltsam finde angefangen hat es mit dem aussehen ich sagte ja schon dass wir uns beinahe zum verwechseln ähnlich sahen als wir uns erstmals trafen von da an entwickelten wir uns auseinander ich in richtung normalbürger er in richtung star mit marotten Anfang der 80er schon ließ er sich die Nase operieren ich bin kein Freund von sowas nur wenn es medizinisch begründet ist na egal er ist nicht ich auch wenn er so tut seine Nase sah ja vorher aus wie meine breit und schön plötzlich war sie ganz schmal und schnipste so in die Höhe eine Stupsnase hat er sich machen lassen dann kam das Kinn dazu ein breites Kinn mit Grübchen das war vorher nicht so jetzt sah mein ich ganz anders aus aber die Fans liebten ihn ungebrochen sie liebten ihn auch später noch als er die Haare glatt und lang trug und an der Stirn die Geheimratsecken durch Implantate kaschieren ließ und seine Haut die ihren dunklen Ton verlor immer heller wurde ich sah ihn damals noch oft aus der Nähe und wunderte mich wie er sich selbst ertragen konnte mit all den Narben und der dicken Schicht Puder und Make-up und den vergrößerten Augenöffnungen er war sehr dünn und schluckte Tabletten nach unserem Kontaktabbruch sah ich ihn dann nicht mehr privat verfolgte seinen Werdegang jedoch auch weiterhin mit Interesse er wurde medikamentensüchtig und wirkte stark angeschlagen verschob Konzerte oder sagte sie gar ab und seine Auftritte in der Öffentlichkeit wurden Mitte der 90er Jahre zunehmend skurriler in Fernsehshows versuchte er seine zahlreichen Schönheitsoperationen medizinisch zu begründen seine gebleichte Haut auf ein Krankheitsbild zurückzuführen er tat so als sei die ganze Welt eine Krankheitsschleuder an der er sich den Tod holen würde nur auf der Bühne legte er den Mundschutz ab den er wie ein durchgeknallter Doktor den ganzen Tag zur Schau trug vielleicht wollte er sich damit nur interessant machen vielleicht ging ihm tatsächlich der Verstand verloren ich weiß es nicht zu der Zeit hatte ich mit meinem anderen ich längst nichts mehr zu tun er ging auf Tourneen rasselte durch Skandale heiratete zweimal und ließ sich zweimal scheiden stand wegen des Vorwurfs von Kindesmissbrauch mehrfach vor Gericht verlor all seine Millionen und wird in der Öffentlichkeit immer seltsamer so dass selbst seine treuesten Fans an der Zurechnungsfähigkeit ihres Stars zweifeln auf mich macht er den Eindruck eines traurigen Zombies der mir völlig fremd ist und mir irgendwie leid tut auch musikalisch ist es nicht mehr weit her seit fast 10 Jahren ist von ihm nichts wirklich Gutes mehr gekommen vielleicht ist er müde ich könnte mir das vorstellen und es gut verstehen es ist überhaupt ein Wunder dass er den ganzen Wahnsinn so lange hat mitmachen können was für ein Leben ich möchte es nicht gelebt haben ich habe es nicht gelebt ich habe große Kinder und eine alternde nette Frau 50 bin ich ein angegrauter Schwarzer mit breiter Nase und einem kurzen Vollbart meine Brille hat inzwischen kein Fensterglas mehr die brauche ich jetzt wirklich seit die Augen schlechter werden Musik mache ich auch noch spiele in einer kleinen Band zusammen mit drei ebenfalls älteren Herren hin und wieder treten wir in kleinen Clubs auf das ist ganz angenehm obwohl ich immer noch schüchtern bin aber meine Lebenserfahrung hilft mir darüber hinweg noch immer lebe ich von dem Geld das ich vor so vielen Jahren in den Zeiten meines Ruhms verdient habe manchmal denke ich daran wie es damals war und glauben sie mir nie wirklich nie habe ich mich nach diesen Zeiten zurückgesehnt gut dass ein anderer für mich weitergelebt hat gut dass ich verschwinden konnte ohne dass mein Verschwinden bemerkt wurde sie lächeln jetzt so mitleidig halten das Ganze vielleicht für eine gut erzählte Geschichte die sich jemand aus den Fingern gesaugt hat dann sehen sie sich die alten Fotos von mir nochmal an ein lachender hübscher Junge war ich ein schwarzer ein schwarzer bin ich noch immer mein anderer ich war auch mal einer aber das sieht man heute nicht mehr heute ist der arme Kerl ein Kunstprodukt ein trauriger Clown dessen entstelltes Gesicht im Alter noch entsetzlicher wirkt ein gebrochener Mann den die Wogen seines Erfolges auf ein kaltes steiniges Ufer geworfen haben ich bin so froh dass ich es in ruhiges Fahrwasser geschafft habe einen sicheren Hafen angelaufen bin nicht jeder ist geeignet ein Star zu sein ich konnte es nicht ich wollte es nicht und was für ein Glück dass ich es nicht musste Nacht 2 3 7 9 10 9 10